So, ich bin hier gerade mitten in Berlin. Das ist der Kudamm, 23 Uhr und ich habe meinen alten Taxifahrer wieder getroffen. Das ist Sepp, 83 Jahre. 83? 38 geboren. Und warum fahren Sie immer noch Taxi? Na, weil ich davon lebe, auch eine relativ kleine Rente und weil das schön ist. Das heißt also, ohne Taxifahren könnten Sie gar nicht leben oder wie? Na, was soll ich zu Hause? Ich bin fit, mir fehlt nichts. Taxifahren macht Spaß und dann verdiene ich noch Geld dabei. Und was sagt Ihre Frau dazu? Na, meine Frau ist jetzt ins Bett gegangen. Jetzt haben wir beide Abendbrot gegessen und jetzt ist sie froh, dass ich abfahre. Sie ist froh, dass Sie sie los sind oder wie? Ja. Wie lange machen Sie heute Abend noch? Na, ungefähr so zwischen drei und vier fahre ich nach Hause. Also immer Nachtschicht, wie jetzt in Berlin. Ja, ich bin aber auch schon am Nachtbedarf gefahren. Wie lange sind Sie schon unterwegs? Das erste Mal bin ich ungefähr so um vier losgefahren. Also 16 Uhr? Ja, so von vier bis um sieben und jetzt sind sie mein erster Fahrgast. Okay. Wie alt ist dieses Fahrzeug hier? Das ist ein alter, was ist das? Die 96er. 96er was? Oh ja, 96er Maul. Mercedes? Ja, das ist hier 211er oder wie er da so, oder 210er. Also 230er. Und wie viele Kilometer hat er schon runter? 670. 670.000? Also 680.000. Mit einem Motor? Ja. Das ist ein Benziner. 680.000 Kilometer mit einem Motor? Ja, und ein Benzinmotor. Ist ja Wahnsinn. Und wie lange fahren Sie schon Taxi? Ja, jetzt fahre ich 27 Jahre alt. Ja, und haben Sie viel erlebt? Die Corona-Zeit war wahrscheinlich das schlechteste, oder? Ja, das ist ja nicht zuletzt. Aber das heißt Corona-Zeit, das ist wie immer. Ja. Was war das schönste Erlebnis? Ach, das kann man... Kennen Sie noch Andrea Rau? Andrea Rau? Ja. Nein, nein. Das war mal so eine junge Frau, die machte Sexrollen und so. Und die war sehr hübsch und sehr natürlich. Und die habe ich gefahren. Und deshalb muss ich sagen, ist doch was Schönes. Eine hübsche, junge, natürliche Frau zu fahren. Ja. Das ist viel interessanter, als wenn sie irgendeinen Ganoven oder die Chefsmann oder sonst irgendwas... Hatten Sie auch schon Ganoven im Taxi? Ja, sicher. Aber das sehen Sie denen ja nicht an. Nee, nee, nee. Aber wie merkt man das, dass man Ganoven im Taxi hat? Die sagen das sogar. Ja? Hat man gerade eine Million um die Elf? Oder die fahren zusammen und machen kein Geheimnis daraus, nicht. Ist hier in Berlin wahrscheinlich öfter der Fall oder wie? Wie? Ist das hier in Berlin öfter der Fall? Hier leben eine Menge Ganoven. Hier in Berlin? Ja. Meinen Sie Politiker oder die normalen Menschen? Beide. Was ist mit den Politikern? Ist das auch Ganoven oder was? Ja, mehr oder weniger. Warum? Na, weil sie einmal sehr, sehr gut verdienen und dann einen Job machen. Die meisten Politiker sind ja heute nicht mehr gefährdet, dass sie abstürzen können ins Nichts. Sondern wenn sie den Job nicht machen, geht das Leben für sie weiter. Ja. Ja. Und was halten Sie von der Politik im Allgemeinen jetzt? Corona-Zeit und so weiter? Na ja, wir in Deutschland, eigentlich können wir so unendlich viel meckern, aber wir haben eine Demokratie, nicht? Und viele Leute machen ihre Arbeit jetzt links runter und viele Leute machen ehrlich auch ihre Arbeit. Politiker sind ja nicht nur schlechte Menschen. Fühlen Sie sich denn von den Politikern gut vertreten? Ich meine, machen die das, was sie wollen? Was ich, also ich, wissen Sie, ich empfinde das als Glücksfall, dass ich in einer jetzigen Zeit in dieser Stadt lebe. Ja? Ja. Das ist schön. Und dass sie noch arbeiten müssen, macht Ihnen auch nichts aus? Überhaupt nicht. Ist ein Glücksfall. Und so hohe Energiepreise, Benzinpreise, ist das nicht auch etwas... Da habe ich doch keinen Einfluss drauf. Aber wenn das Benzin auf 3 Euro geht, dann wird es auch schwieriger, ne? Bitte? Wenn das Benzin auf 3 Euro geht... Dann habe ich eben auch keine Entscheidungsmöglichkeit. Dann muss ich das bezahlen und alles geht für mich persönlich so weiter. Ich bin ein Mensch, der für die ganzen kleinen oder ein bisschen größeren Dinge überhaupt keine Einflussmöglichkeit hat, ne? Sind Sie selbstständig? Ist das Ihr Auto? Ja. Gut, dann jeder Euro, jeder Cent, den Sie mehr in der Tanke zahlen müssen, ist dann aber auch für Sie ein Verlust? Ja, und nein. Geht doch alles immer weiter. Also Sie haben jetzt keine Angst davor, dass wir hier in die große Krise, in die Energiekrise reinschlittern? Nein. Vor allen Dingen nicht, weil ich ja schon so alt bin. Warum? Ich meine, wenn Sie alt sind, können Sie ja auch Probleme haben. Was soll mir denn großartig passieren? Ich kriege ja eine kleine Rente, die sich nicht verändert. Und wenn ich weniger verdiene und noch weniger... Rente kann ja nicht weniger werden. Wenn ich weniger verdiene, dann muss ich mein Leben ein kleines bisschen mehr, noch mehr einschränken. Aber eigentlich wird kein Problem. Also für mich ganz persönlich gibt es keine Probleme. Also Sie machen den Politikern keinen Verwurf, dass Sie jetzt noch mit 83 im Taxi sitzen müssen. Ach, das ist doch nicht zu ändern. Nicht zu ändern? Das Große ist doch nicht zu ändern. Kein Einfluss drauf? Nein. Okay. Was geben Sie den jungen Leuten mit auf den Weg, die jetzt vielleicht zuschauen? Kann man was verändern? Na, den jungen Leuten würde ich empfehlen, dass sie sich für Kunst interessieren. Also Freude dadurch am Leben haben, wach sind für die Dinge und sich keine falschen Illusionen machen. Leben geht immer so weiter wie es war. Was sind falsche Illusionen? Ja, dass sie mal reich werden. Ja, sie können doch reich werden. Ja, sicher. Dann haben sie Glück oder Pech gehabt. Muss man ja auch so sehen. Wenn sie von dem, was sie so tun und ein kleines bisschen Spaß dabei haben, wie ich beispielsweise jetzt hier beim Taxa fahren, dann ist so die Welt in Ordnung. Jetzt sind wir hier gerade an der weltberühmten Siegessäule. Da kommt sie zum Vorschein. Das Licht stört nicht, nein? Nein, das stört nicht. Sollte ich es ausmachen? Nein, lassen Sie es an, dann sieht man sie besser. Wie lange wollen Sie denn noch fahren? Also jetzt habe ich noch den P-Schein für vier Jahre. Vier Jahre? Ja. Dann wären Sie 87. Ja. Abhängig ist das alles ein bisschen von dem Auto. Wenn das Auto kaputt geht, dann... Genau, dann lohnt sich das für mich nicht, eine große Investition zu tätigen und für einen anderen fahren habe ich keine Lust. Sie waren also schon immer selbstständig? Ja, ich war immer selbstständig, ja. Also das erste Dreivierteljahr habe ich mal für jemanden, bis ich die Selbstständigkeit erreicht habe. Welchen Tipp können Sie jungen Leuten geben? Welchen Tipp den jungen Leuten... Ja, wie wird man glücklich im Leben? Sind Sie glücklich? Ich persönlich bin glücklich. Auch wenn Sie nachts um 12 Uhr auf der Straße sind? Aber natürlich, ich bin ja ganz freiwillig, ich kann am Tage fahren. Und so fahre ich am Nachmittag so ungefähr drei Stunden und jetzt fahre ich ungefähr bis um vier, solange ich Lust habe. Und das Entscheidende ist, ich habe eine schöne große Wohnung, eine liebe Frau und vom ersten Tag der Herren schlafen wir getrennt. Vom ersten Tag schlafen Sie getrennt, das ist das Geheimnis einer glücklichen Beziehung wahrscheinlich? Glaube ich. Wie alt ist Ihre Frau? Na, meine Frau ist ein Jahr jünger. Aber ich habe eine kleine lebendige Frau, der man das Alter auch nicht ansieht. Wie Ihnen? Na ja... Machen Sie Sport? Machen Sie irgendwas für Gesundheit? Nein. Gar nichts? Nein, ich habe früher mal Sport getrieben. Ich habe früher mal Intensiv-Sport getrieben. Aber Sie rauchen nicht, Sie trinken nicht? Nein. Also einen Schluck Wein trinke ich, Rotwein nicht. So, wir nähern uns jetzt dem Brandenburger Tor. Man sieht es kaum, weil es ist nicht mehr richtig beleuchtet. Wir wissen ja, dass Berlin Denkmäler jetzt nicht mehr so toll ausleuchten will. Beziehungsweise nachts sogar... Gehen die Lichter aus. Gehen die Lichter aus in Berlin. Nachts gehen die Lichter aus in Berlin. Finden Sie das gut? Nein. Ich meine, wo leben wir denn überhaupt? Haben Sie Angst davor, dass irgendwann der Strom ganz ausfällt? Nein. Nicht? Nein. Wieso nicht? Also ganz ehrlich gesagt, ich finde es geht uns nicht schlecht. Dann können wir doch ruhig nachts eine kleine Lampe brennen lassen. Und Kerze oder sowas? Im übertragenen Sinne ja. Sind die Zeiten unsicherer geworden als früher? Bitte? Sind die Zeiten unsicherer geworden als früher? Nein. Nicht? Nein. Nein. Sie haben keine Angst vor der Zukunft? Überhaupt nicht. Nein. Wieso nicht? Ich meine kein Gas, Krieg und so weiter? Haben Sie keine Angst, dass der Krieg sich vielleicht doch irgendwie verschärfen könnte? Der Krieg? Ja. Der Krieg? Also Deutschland gegen wen? Nein, Ukraine, Russland. Ach so. Nein, glaube ich auch nicht. Sie glauben es nicht? Im Grunde genommen glaube ich, dass das große Kapital an der Situation, wie sie jetzt ist, am meisten Geld verdient. Links rum? Ja. Also lassen sie alles so wie es ist. Ja, gut. Ja, also sie haben überhaupt keine Zukunftsängste und sie werden in den nächsten vier Jahren noch Taxi fahren. Ja, wenn es geht, ja. Wenn man mich noch lässt weiterhin. Ja. Und ich gesund bleibe. Ja, das hoffen wir doch. Denn wir sind ja vor zwei Jahren schon mal gefahren und da waren sie auch schon gesund. Keith Richards, das ist der Gitterplayer von Rolling Stones, hat gesagt, I play until I drop. Kann man bei Ihnen sagen, Sie fahren bis Sie sterben oder wie? Bis Sie ins Grab fallen? So ungefähr, ja. Und dann sterben Sie aber als glücklicher Mensch. Ja. Noch weiter geradeaus. Dann schauen Sie doch zum Abschluss nochmal her und wünschen unseren Zuschauern, vor allem den Jungen, alles Gute. Ja. Vielen Dank für das Gespräch. Ich auch.